So ihr Lieben, wir sind beim Speed Dating mit der lieben Puy und du bekommst jetzt von mir jede Menge Fragen gestellt und beantwortest sie einfach so schnell und intuitiv wie möglich. Bist du bereit? Ich hoffe. Sehr gut. Magst du Bourbon? Als Getränk oder dich? Das ist egal. Ja. Heute schon trainieren gewesen? Nein. Warum gab es bisher noch keine Pommes bei dir im Stream? Weil ich lieber Reis esse. Wer ist dein größter Fan? Meine Mama. Yoshi oder Pikachu? Also ich hasse Pikachu, da wäre jede andere Wahl besser gewesen. Also Yoshi definitiv. Was hilft dir beim Einschlafen? Podcasts hören. Was hilft dir beim Aufstehen? Gar nichts. 10.000 Twitter-Follower. Glückwunsch dazu noch. Wie hast du das geschafft? Äh, ich hab keine Ahnung. Ich hab, glaub ich, mich eingeschleimt bei ganz vielen Leuten. Also die eine Hälfte eingeschleimt und die andere bedroht. Ananas auf Pizza? Früher ja, mittlerweile nicht mehr. Lieber Pen oder Paper? Pen. Was war das Wichtigste für dich im letzten Jahr? Gar keine Ahnung. Äh, noch mehr Pflanzen? Gut. Womit kann man dich beeindrucken? Mit pfiffigen Aussagen und Wortwitz. Was steht schon viel zu lange in deinem Kühlschrank? Nichts. Ich habe neulich ausgemistet. Aber wenn, dann eine Wasserflasche, die ich immer nachfülle. Was würde dir dabei helfen, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben? Ich wäre die Erste, die draufgeht, das schon mal festgelegt. Und das wäre voll gekommen, vorhin. Vor allem muss ich den Rest nicht mehr miterleben. Alles cool. Ich bin die Erste, die draufgeht. Davor fürchtest du dich? Spinnen. Dein am meisten genutztes Emoji? Auf Twitch ist es der Lull, der so lacht. Und in WhatsApp und so weiter ist es dieser leicht Beschämte mit dem Schwitzding so. Und dann so eine Schweißperle an der Seite. Ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Wie gefällt dir unser Interview? Sehr, sehr lustig. Dein Lieblingsgame? Shadow of the Colossus seit der Playstation 2. Oliven? Ja, alle. Ich bin Griechen. Welchen Promi würdest du gerne mal treffen? Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Ich wollte ursprünglich Stan Lee mal treffen. Aber jetzt wäre es dieser österreichische Schauspieler, der in vielen amerikanischen Filmen mitmacht. Ich habe diesen Namen vergessen gerade. Vielleicht kommen wir noch drauf. Vielleicht kommen wir noch drauf. Ah, wie heißt der denn? Egal. Da muss ich gleich mal gucken. Du hast deinem Chef aus Versehen deinen Browserverlauf geschickt. Welche Seite taucht am häufigsten auf? Twitch TV. Wie beschreiben dich deine Freunde in drei Worten? Klein, laut, durchschnittlich. Gut, und wie würden dich deine Feinde beschreiben? Klein, laut, unterdurchschnittlich. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Rate mal. Pflanzen und Kunstutensilien. Wie viele Stunden hast du in Valorant? Zwei Jahre durch 200 Stunden vielleicht? Weniger? Weißt du noch, was die zweite Frage war? Nee. Was ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist, mich kurz zu fassen. Wenn du ein Fantasy-Wesen sein könntest, welches wärst du gerne und warum? Drache, Wald, Drache. Mario Kart. Entspannung oder Rage-Mode? Ich find's super entspannt. Das können alle Bezeugten mit mir spielen. Eine Mordwaffe mit P. Penisimplantat. Was bringt dich zum Lachen? Meine letzte Antwort. Was bringt dich zum Weinen? Auch meine letzte Antwort. Wann dekorierst du mir eine Bento-Box? Wenn du mal da bist. Glückwunsch, du bist jetzt Weltherrscherin. Was ist deine erste Amtshandlung? Erst mal ausschlafen. Bewirb doch mal eben kurz und knapp Bourbon Stream. Bourbon Stream ist der Stream für alle Leute, die gerne interessante Menschen kennenlernen und Katzen streicheln möchten im Stream. Oder Katzen streicheln zusehen möchten im Stream. Dein Gesichtsausdruck, wenn dir jemand sagt, dass du ganz viel Talent zum Zeichnen hast. Das war's. Gut, du hast es geschafft. Mhm. Vielen Dank.